Die zu veräußernde 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Ratingen. 1964 wurde das Mehrfamilienhause erbaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 69 Grad Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf ca. 99.900 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.